Hallo und herzlich Willkommen zurück auf Mamas Kanal. Heute gibt es drei Verlosungen zu gewinnen. Wir haben heute drei Verlosungen, meine Lieben. Ich wollte euch noch mal eben zeigen, hier oben habe ich jetzt Renates Karte hingehängt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob noch mehrere Karten oder Briefe dazukommen. Das wird jetzt so meine Gardinenwand von euch lieben Followern, Abonnenten, lieben Menschen da draußen. Verewige euch hier auch meine Gardine. Es haben diesmal 32 Leute mitgemacht. Leute, ich bin geplättet und hast du nicht gesehen. Und ja, wir haben jetzt, ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt bei 109 Abonnenten, glaube ich. Ich weiß, dass nach dieser Verlosung wahrscheinlich wieder wenige Abonnenten werden, weil halt diese Krankheit kursiert. Falls ich nicht gewinne, abonniere ich dich, entabonniere ich dich wieder. Was ich persönlich sehr traurig finde und ja, einfach fies gegenüber den YouTubern, weil wir geben uns immer so viel Mühe und sowas und das dann alles. Hat die Irene auch erwähnt, aus von der Irene's Boxenwelt. Kann ich euch nur ans Herz legen, Leute. Guckt sie euch an. Eine wunderbare Frau und ich mag sie von Herzen. Aber sie hat es genauso erwähnt und es ist einfach gegenüber uns nicht fair und deswegen sollte man das nicht machen, nur wegen Verlosung die Menschen abonnieren. Das ist nicht fair uns gegenüber. Also, wir fangen jetzt an und wir haben die, ja, ihr wisst ja noch die Uhr, das Armband und das Portemonnaie. Was ihr gewinnen könnt, das ist jetzt Teil 1. Ja. Ja. Ich wünsche euch allen viel Glück. Und toll, toll, toll. Ja. Und falls ihr nicht gewinnt, macht immer wieder mit. Irgendwann zieht Monique euch auf. Ich bin richtig aufgeregt von der Wüns. So, schauen wir mal, wer der glückliche Gewinner von diesem geilen Paket ist. So, Monika, jemand? Gewinnerin ist die Lea Mums. Die Lea. Lea. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Wahnsinns-Paket gewonnen von, ja, Portemonnaie, Uhr und Armreif. Genau. Du hast es gewonnen. Freut mich, dass du gewonnen hast. Und, ja, wir werden jetzt die anderen auf Decke natürlich, ne, die mitgemacht haben. Natürlich. Und dann müssen wir halt gucken, wer dann noch in der zweiten Verlosung dabei ist, ne. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Und zeigen euch. Die, die mitgemacht haben. Ja, für die anderen tut es jetzt natürlich leid, ne. Aber für die 150 Abonnenten. Ja, Kopf hoch, Leute. Genau, Kopf hoch, weiter geht's. Ohne Richtung, fertig, aus die Maus. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass für die 150 Abonnenten, also, wäre das blöd, wenn ihr euch wieder entabonniert, weil für 150 Abonnenten das nächste hier schon steht. Und das ist groß. Sehr groß. Das ist sehr groß hier. Und es ist zweiteilig, dreiteilig. Ja, auch wieder, ja, drei, nein, nein, es ist dreiteilig. Achso, dreiteilig. Dreiteiliges Video. Ne? Äh. Gewinn dann. Gewinn. Ja, dreiteiliges Gewinnen. So, warte mal, wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung schaffen, sonst sind wir hier total durcheinander. So, pass auf, das machen wir hier drauf, genau. Sonst haben wir hier nämlich gleich ein heilloses Durcheinander. Das Video wird auf jeden Fall etwas länger gehen und die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa fünf Stunden. Wie war denn heute die Arbeit, Monique? Eber gut heute. Gut. Ich habe ja die ganze Woche frei, ja, weil die Steffi ihre Arbeit schon erledigt hat für diesen Monat. Ja, sehr gut. Ich habe meine Stunden zusammen, das heißt, ich habe diese Woche frei. Ist auch mal schön und, ja, aber der ist schön. So ist das, meine Lieben, so ist das, ne? Aber die nächste Verlosung, aber ich habe ja auch noch hier das Osterpaket, was ja auch noch. Wo ihr mitmachen könnt. Dann habe ich ja die Steffi Box Vol. 4 im Moment am Laufen, ne? Also, es läuft ja immer, bei mir läuft ja immer eine Verlosung, ne? Im Moment ist es ja der absolute Wahnsinn. Ja, irgendwie, ähm, ja, ist das so. Das da auf einmal, irgendwie kommt dann immer so viel zusammen. Dann kommt Ostern so plötzlich. Ach, Leute, ist das denn nicht schön, dass das wieder gecancelt wurde mit Ostern? Also, das wäre ja der Knaller gewesen, ne? Donnerstag zu und, ähm, nee, das geht ja nicht. Das geht so überhaupt und gar nicht. Na, da bin ich echt froh, dass das nicht so ist. Das wäre bei uns das reinste Chaos geworden auf der Arbeit, kann ich euch sagen. Da bin ich echt froh drum. Irene, ich habe das geändert, siehst du? Ja, hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ja, hast du es gesehen? Ja, hast du es gesehen? Hoppala, hoppala. So, dann haben wir den ersten Zettel weg, den schmeißen wir mal dahin. So, hier ist die letzte. So, jetzt geht es weiter mit Nummer 2. Wir machen jetzt alle wirklich in einem Rutsch hier. Nummer 2 ist ja die Kirschblüte gewesen. Hashtag Kirschblüte. Kirschblüte, ja. Da war ja mein, ähm, mein Maskenvideo. Genau. Da wird der nächste Preis verlost. Und wir suchen jetzt die aus, die mitgemacht haben. Ja, genau. So, jetzt gucken wir mal. Julia Hallerbach ist nicht dabei, oder? Monique muss dann immer gucken. Nein. Nein. Dann haben wir Monielfe. Die Monielfe, äh. Ich sehe sie nicht. Die ist auch nicht dabei. Ramona Biel. Ramona Biel ist drin. Dann kommt die schon in die Box. In die Gewinnerbox. In die Gewinnerlounge. In die Gewinnerlounge. Genau. Miss Mietze Plüsch. Miss Mietze Plüsch. Plüsch ist nicht drin. Nein. Dann haben wir Luna Beauty. Luna Beauty ist da oben. Ich sage ja, das wird ein längeres Video, aber ein spannendes Video. Stuffies Way. Stuffies Way ist nicht drin. Gott. Irenes Boxenwelt. Ah, da ist sie. Noch mit einem anderen Namen. Oh. Ja. Dann haben wir Pia Hubi Krimmer, die ist, glaube ich, auch nicht dabei. Nein, nein, ist sie nicht. Werner Toprak ist, glaube ich, auch nicht dabei. Werner Toprak, nein. Evita auch nicht. Nein. Babsi Makowiak. Babsi ist dabei. Die Babsi ist dabei. Ein schöner Name. Babsi. Blackberry Luzilla. Blackberry ist auch drin. Ich muss da irgendwie mein Godzilla denken. Es tut mir leid. Aber irgendwie... Luzilla. Karin Lotz. Karin Lotz ist drin. Das Karin Lein. Mein Karin Lein ist immer dabei. Dann Renate. Die ist eigentlich auch immer dabei. Renate Ritterat ist drin. Genau. Dann haben wir Doris Schmalbach. Jawohl, da ist sie. Das Doris Lein. NLB Punkt ist auch nicht dabei. Nein. Dann Beautyholic ist dabei. Beautyholic ist da oben. Und Monique, pass mal auf. Wir müssen die hier ankreuzen. Wir machen mal das mit einem grünen Edding. Damit ich das auch nicht vergesse, dass da die Lea gewonnen hat. Genau. Und dann machen wir jetzt weiter. Simone. Die Simone, die hat nicht mitgemacht. Nein. Dorit Blum. Dorit Blum. Auch nicht. Stefanie Röfzat. Ja. Entschuldige bitte, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche. Es tut mir leid. Röfzat ist eigentlich 50. Ja, Monique weiß das. Maus Schneiderlein. Maus Schneiderlein. Nein. Nee. Stimmt. Dann Buchsenzelder. Buchsenzelder ist da oben. Buchsenselder. Buchsenselder. Dann Heike Fahrbach. Heike Fahrbach. Nein. Heike Bachmann. Buchsenselder. Die ist drin. Juhu. Da ist sie. Angelika Duchov. Angelika Duchov ist nicht drin. Oder Duchov. Lea Mums. Entschuldigung. Weiß ich mal nicht, wie man das immer alle ausspricht. Ja. Da ist sie. SB84. Da. Das können noch mal die Indizialen sein. Stefanie Balz. Oh. Ja. S-Fuchsi 1234. S-Fuchsi. Claudia Hallermeyer. Da ist sie. Schneegaller. Schneegaller ist da. So. Wer fehlt denn noch? Petra. Ach guck mal. Wir haben noch. Und die Petra auch noch. Hier haben wir noch. Petra ist das nämlich. Die haben wir nämlich gerade vergessen aufzumachen. Petra ist auch. Petra auch. Genau. Jetzt müssen wir noch die Con. Haben wir nur noch die Conny? Ja. Die Conny ist noch übrig. Die Conny ist noch übrig. Und die Conny müssen wir jetzt mal eben hier raussuchen. Ja. Das dauert halt heute ein bisschen länger. Aber das ist nun mal so. Monique hat da immer einen guten Griff. Die findet die immer alle sofort. Und das ist, wenn man drei Verlosungen macht. Hallermeyer. Dann ist das schon mal so, dass man mehr suchen muss. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Hat sie sich versteckt? Ja, wo hat sie sich versteckt? Ich hab sie. Oh. Ich hab sie. Ah, okay. Das kannst du schon mal wieder da rein tun. Die ganzen Zettelgedöns. Ja, gut. So. Genau. Alles wieder da rein, damit hier auch Ordnung herrscht und keiner verloren geht. Nein. In der... Die machen wir gleich auch mit dem grünen Marker. Ja, machen wir. Jetzt müssen wir erst mal die Sachen hier weg tun. So. Meine Lieben, dann seid ihr jetzt hier im Topf. Und jetzt geht's im Topf drin. Und jetzt werde ich hier geschüttelt. Jetzt werde ich hier geschüttelt. Jetzt geht's in die nächste Runde. Ja. Jetzt geht's in die nächste Runde. Toll, toll, toll. Die nächste Gewinnerin. Viel Glück. Ich habe jemanden. Und Bux in Zelda hat gewonnen. Bux in Zelda. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja die Wellnessbox quasi gewonnen. Du hast die Wellnessbox gewonnen. Yay. Und dann geht's... Ach nee, wir müssen ja jetzt wieder aufmachen. Und oi, ist das heute hier ein Stress, wa? Ja. Wir gucken mal gleich, wenn du die aufgemacht hast, kannst du, können wir so sofort wieder hier äh, äh, gleich... Nee, machen wir das gerade. Wie, wie, wir machen es einfach wie gerade. Ja, das ist halt ein bisschen länger ein Verlosungsvideo, oder? Ja. Ja, erzähl mal einen Witz. Nein. Kannst du keinen? Nein. Kennst du keinen Witz? Nein. Ich finde ja den Ding so gut, ne? Den Markus Krebs. Kennt den einer von euch? Der ist doch klasse, ne? Der haut da immer Klamotten raus. Der ist echt gut. Oder, ähm, äh, wie heißt der denn jetzt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber der ist, äh, gut, aber ich krieg da... Ich bin so, äh, sogar kein Witzeerzähler, ne? So auf dem Stegreif. Das kann ich nicht so gut. Du auch nicht, ne? Nein. Nein. Aber wir lachen gerne darüber. Ja. So, jetzt kommen wir ja dazu, zu der Box, äh, die leider, ja, wo die Gewinnerin sich leider nicht drauf gemeldet hat. Äh, die Box ist ja, äh, die drei Sachen halt, ne? Ja, ähm, ich hab's ja unten immer drin stehen in den Verlosungen, ne? Und das deswegen, ähm, ja. Na, wir fangen jetzt an. So, ähm, Monique guckt wieder. Pass mal auf, wir wechseln. Du hast den, ich hab das. Und da, ich werde dir jetzt hier die Namen schon mal sagen. Mal gucken, ob die dabei sind. Die Babsi Makowiak. Hier dein Kuli. Das ist mein Kuli. Also die Babsi Makowiak. Äh, nein. Nein, die lassen wir dann mal erstmal da liegen, damit wir gleich nicht schon wieder suchen müssen. Claudia Hallermeyer. Claudia ist... Ich seh sie schon. Ach, da unten. Beautyholic. Beautyholic ist da oben. Beautyholic macht auch immer mit. Jawohl. Genau. Und dann haben wir Ramona Biel. Da. Ramona, du liebe, du machst ja auch immer mit. Du hast mir das ja auch gesagt mit den, ähm, ähm, Langhaarmädchen. Dankeschön. Juhu. Juhu. Äh, da. Na, danke nochmal. Deswegen hab ich mir den Kalender gekauft. Stefanie Rülfzart. Stefanie Rülfzart. Ähm, da unten. Heike Bachmann. Heike Bachmann ist... Nicht dabei. Nein. Sehe ich schon. Dann Doris Schmalebach. Doris Schmalebach ist da. Natürlich. Liebe Doris. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. SB84. SB84. Da ist sie. Conny Stegemann. Gleich da oben. Hey, Monique ist da total, äh, auch zack, zacki, zacki. Petra Pista. Petra Pista, die, die ist nicht drin. Die, äh, total enttäuscht. Die ist nicht drin. Irene ist Boxenwelt. Irene ist Boxenwelt auch nicht. Ach, glaube ich, Irene konnte nicht anfangen mit einem Eyeliner, ne? So war das. Renate Rettrath. Da ist sie. So. Luna Beauty. Luna Beauty ist da oben. Blackberry Luzilla. Blackberry. Ah, ich sehe sie schon. Ah, ich habe sie schon gesehen. Da ist sie. Schneegaller. Monique könnte sich immer kaputt lachen, ne? Bei dem Namen. Karin Lotz. Karin Lotz. Oh Gott. Karin Lotz ist da. Pass auf. Die Zettel. Äh. Da kann er runtergefallen jetzt. Bux and Zelda. Bux and Zelda. Ähm. Nein. Lea Mums. Lea Mums ist da oben. So, jetzt muss ich den Rest suchen. Du achtest auf deinen Zettel. Ja. Und ich gucke hier. Äh. Dünja Tachter hat glaube ich nicht mitgemacht. Nein. Nein. Dann äh. Die auch nicht. Sila auch nicht. Stuffies Way. Äh. Nein auch nicht. Ja, es tut mir leid Leute, es dauert heute ein bisschen länger. Die Enne auch nicht. Wie man an Enne Burda denken. Nein. Jenny auch nicht. Ähm. Angelika Dukhoff. Angelika Dukhoff ist da oben. Absidophon. Evita. Nein. Oder? Nein. Die ist nicht drin. Moni Elfe ist ja auch nicht dabei. Nein. Heike Fahrbach. Nein. La 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 la. Maria auch nicht. Nein. Miss Mieze Plüsch. Nein. Simone. Nein. Franzi SP auch nicht. Stina. Fuchsi. Auch nicht. Auch nicht. Wem brauchen wir denn eigentlich noch? Bernhard Toprak ist auch nicht. Wir brauchen noch Mausschneider. Fantasy Girl und Alpha. VW. Genau. Fantasy Girl 4. Ja. Da ist sie. Wir brauchen ja noch zwei. Genau. Wir brauchen noch zwei. Und die finden. Aber das ist ja immer so. Wenn du was suchst, suchst du es am Ende. Findest du es als letztes. Es ist faszinierend. Das ist immer so. Oh so. Da. 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 Dorit Blum. Die hat glaube ich auch nicht. Dorit Blum. Nein. 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 Hat sie nicht. Dann Mausschneiderlein. Da ist sie. Da ist das Mäuschen. Eine ist noch übrig. Die Alpha. Aber ich glaube, das ist ein Junge. Oh mein Gott. Das ist ein Junge. Hier. Theo. Reike. Hier sieht es aus bei mir auf dem Tisch. Ewa Dudek. Da kann es ja nur noch da sein. Ich wusste es. Der Letzte, den er zieht. Es ist faszinierend. Ehrlich. Den Letzten. Ja. Dann hoffe ich mal, dass... Das sind alle. Derjenige sich dann, oder diejenige sich dann bei mir meldet, die das diesmal gewinnt. Ich dachte, ich das jedes Mal wieder verlosen muss. Viel Glück nochmal. Viel Glück. Runde drei. Los. Machen sie mal fertig für heute. Fix und fertig. Ja. Hört jemand? Ich habe jemanden. Der Preis geht an. Guckst du erst mal, ob die überhaupt mitgemacht hat oder was? Die Luna Beauty hat gewonnen. Luna Beauty. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Eyeliner, den Lipgloss und den Wimperntusche gewonnen. Genau. Den Wimperntusche hast du gewonnen. Die Wimperntusche, ja. Die Wimperntusche. Die Wimperntusche. Die Wimperntusche. Die Wimperntusche. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und für die anderen, ja, da tut mir schrecklich leid. Ich hätte es jeden gegönnt, ne? Jeden gegönnt. Aber dann halt, wenn so viele da mitmachen, ne? Ich dachte immer, halt, ja, nicht einfach zu gewinnen. Und, ja, wie gesagt, meine Lieben, bleibt bei mir. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mich jetzt nicht deabonnieren würdet, ne? Nein. Wie findest du das? Ähm, gut. Hä? Wenn die alle wieder gehen? Nein. Nicht gut. Genau. Monique findet das dann auch nicht gut. Und deswegen bleibt alle da. Aber das Video, das finde ich gut. Ja, genau, das Video, das finden wir gut. Das finde ich gut. Es wird das nächste auch wieder kommen. Und es gibt immer Verlosung bei mir, das wisst ihr ja, ne? Aber, äh, ich glaube, darum soll es auch in erster Linie gar nicht gehen, ne? Sondern einfach, ja. Ich mache euch gerne eine Freude, aber, äh, das finde ich dann immer so ein bisschen, hm, traurig. Das macht mich auch traurig. Ja. Dann sind wir fertig. Leute, wir sind fertig. Wir sind... Äh. 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 Wir sind fix und fertig. So, herzlichen Glückwunsch schon mal, ihr drei, äh, melden mich natürlich und, ähm, ähm, ja, wo ich die Adresse natürlich schon habe, werde ich es natürlich hinschicken. Ja, genau. So, wir sind jetzt fertig. Wir sind raus. Ich macht euch noch einen wunderschönen Abend. Wunderschönen Abend am Sonntag. Wissen Sie mich doch erst mal... Erst rede ich zu Ende und dann redest du zu Ende. Äh. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen, ähm, Abend. Und... Ich auch. Genau, Monique auch. Und ich bin jetzt raus. Monique kann noch was sagen zum Ende? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und am Sonntag geht's weiter. Ja. Nee. Nee. Nicht? Nee. Am Montag. Montag, Dienstag. Am Montag? Ja. Das war mal ganz was anderes, weil wegen der Osterbox. Oh. Ja, ja. Die Osterbox wird, ähm, am Dienstag verlost und die Steffi-Box am Mittwoch. Oh. Ja. Das ist ja diesmal ein bisschen anders gewesen. Ja. Leute, wir sind jetzt raus. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit den Sachen. Genau. Wir melden uns nächste Woche wieder. Wir melden uns nächste Woche wieder. Genau. Zu zweit. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020